Warum wählen wir die erste Map aus? Na? Wie geil! Werden die gewählt? Ich hab die gewählt. Johnny dauert irgendein Schritt. Super gut gewählt. Ah, fuck. Was? Das ist alles so durchgepackt. Das ist bei mir aber schon vorher oben. Ja, das ist der Logik. Echt? Ja, dann war's. Fangen die mal mit ab, Max. Wenn ich jetzt die Rakete abgefahren hätte, werde ich auf dich gehen. Nein! Ach, komm. Ich hab's nie verspielt. Respekt, Jakob. Respekt. Dankeschön. Ja, warum bist du anstrengend? Weil Johnny auch immer runtergegangen ist. Holen die auch mal rein. Ja, du merkst du von Johnny. Nee, du sagst Johnny zu. Aber ich glaub Johnny verliert's gerade. Oh Gott! Hörer. Die Aussage haben von jedem, dass ich mir bei euch Lüge geben zu kommen, wenn du nicht Lüge geben kannst. Also Johnny sagt gerade, dass es ne Lüge ist und dass deine Aussage war, dass wir die einzige Lüge haben, das nicht mehr gepfückt zu kommen. Also Johnny sagt gerade, dass es ne Lüge ist und dass deine Aussage war, dass er... das wir die einzige Lüge haben, ja nicht mehr gepfückt zu kommen. Ja, oder? Alles ist aufgebaut dafür. Ich muss auch... Nein! Wirkung, Linda. So muss das. Mach dich fertig, Johnny! Mach mach dich fertig! Nein! Johnny! Nein! Das war ein sehr merkwürdiger Topf und Hochqualität, weil ihr beide abgebrochen habt. Du, und die, was war das? Das waren die Bonn am Ende. Ich hab die Richtung verkackt. Nein! Da ist eine Bombe verpasst. Und? Ja, komm. Ich dachte, wenn du es zündest, geht's nochmal auf? Ja, komm. Geht nicht nochmal auf. Geht ja auch nicht mal auf. Auf geht's nicht nochmal, nein. Okay. Neb ich noch? Noch. Danke fürs Aufmachen. Rätst du doch hinten das alles? Warum nutzt ihr das hinten nicht? Ja, sehr gut, Johnny. Okay. Aber Johnny hat dann den Hook verkackt. Netzt's da raus. Aber das war unten nur da durchsleiten? Das war knapp, Johnny. Neeeee. Ich dachte, das war eiskalt. Eisekalt. In der Extra nochmal gesprungen, den zweiten zu erwischen. Fuck. Ich komm hier nicht rum. Ich bin ja schon wieder hier raus, was soll denn das? Die ist immer noch da, aber du hast ne ganz gute Stelle. Ja, mach dich doch. Nur die drauf. Oh Gott. Der hat mich auch selber abgemacht. Das wäre das gewesen. Ist nicht die beste. Weiß nicht, ob das gerade läuft. Ach, das war dumm. Das war ja dumm, unten lang zu gehen. Wir reden über das, Gott. Ich glaub, offen wird wie vor. Da ist einfach klar gewesen. Ah, Richard, warum? Ja, wenn drei Leute da... Ach komm, Johnny. Leidnack. Tut es dir gar nicht, Johnny. Wir haben doch nichts überlegen können. Sind wir beide tot. Ja, das ist nicht getroffen, Richard. Ja, das ist nicht getroffen, Richard. Wirklich. Ah. Okay. Weiß nicht, ich lebe noch. Ich dachte, ich war gestorben. Ah. Das ist unfair. Einfach nur unfair. Ich hätte mir einfach derett hochgelang nehmen müssen. Ich hätte mir einfach gar nicht lang gehen müssen. Ich hätte mir einfach gar nicht lang nehmen müssen. Ich hätte mir einfach alle Rohrkopf nehmen müssen. Wie ist denn das bis jetzt? Wow. Du bist genau in die Kiste gerollt, Shani. Go, Max, mach ich kaputt. Genau. Schwierig. Ja, Max, ja, kommt mit. Schwierig, schwierig. Ah, meine Hände sind zu kalt, das ist meine Ausrede. Ich hab Lutites. Wie? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie er da mit Lutites ist. Also, wir gehen alle auf eine zufällige Runde, ne, vom Gokkshop. Bis auf Max, da haben wir seine eine Map daheim. Die kommt aber nicht, oder? Hä? Ah, nein. Ah, nein. Die sind auch noch mit Lutites. So. Auau. Kissen! Ah, verkackt wirklich. Hallo? Macht mal bitte was? Ja. Ja. Ja, absolut nicht. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich hab eben reagiert, das Ding. Ich hab wieder. Ich hab wieder reagiert, das Ding. Ich hab verkackt. Aber ich mag die Map. Ich hab unten warten müssen. Nein! Ich muss siegen! Ich muss siegen! Das ist... Johnny! Das ist... Das ist doch der Dingssieg! Das wäre auch gewesen. Hat er gewonnen. Hat keiner gewonnen. Hä? Das hat keinen Sinn, Johnny. Warte, da geht's runter. Ein Glück! Nein! Du musst tiefschliegen. Tiefschliegen. Klar! Johnny, du bist rausgeflogen. Du hast ja gar keine Tipps gegeben. Was? Du bist ohne Ergessen durchgesagt. Ja, ja, komm! Wieso bin ich da unten auf die Schräge gelandet? Oh. Ach, komm. Nee, ich will nicht in die Bibliose. Ja, das ist scheiße als erster hier. Fuck, ich wollte ihn nach hinten machen. Nein, ich bin zurückgelaufen. Wollt nach nach unten? Warum muss einer? Pust dich! Du hast recht hart. Ah, das macht nichts. Wow! Aber guck mal, redet er danach. Stark, Max. Horus Kai. Das ist echt komplizierter Map, um mit euch zu gehen. Horus Kai. Diesen Map ist echt kompliziert. Kompliziert? Die Map ist kompliziert. Die Map ist nicht kompliziert. Ich glaub's halt wirklich in die Luft, wenn ich hexen. Ach, komm! Ach, Mann. Ich dachte, ich komme auf die Ecke. Äh! Hab ich einfach Kipp? Nein. Einfach mal mit Profis abholen. Ja! Ja komm ich hasse die VIP-Launch. Ja sie hab ich auch was geschafft. Das ist keine gute Abschluss. Es gibt viel bessere VIP-Launchen. Weil Jakob gut ist. Aber warum? Jetzt gleich werde ich nach hinten noch gedauert. Ja sie hab ich auch was geschafft. Ok. Einfach mal ein bisschen. Mal ein Boost. Boost sehend. Wer hat nur einen Boost gewinnt. Der ist ein Versager. Oh der ist Schwinger. Der ist ein Versager. Ist der Versager, Joachim? Da spielst du direkt in der Kiste. Das ist kein Versager, Joachim. Wo der spielst du direkt in der Kiste. Ich hab ihn getroffen! Und wie hast du das überlegt, Richard? Ich hab den Darmarm drin, weil man nicht zuhört. Nein! Du kommst auch nicht rein, Richard! Wenn ich das reingekommen hab! Wenn ich das reingekommen hab! Ja! Das ist ein scheiß Start, hör ich jetzt! Da ducke ich auch dort, da war ich einfach tot! Wenn man da bericht gestorben ist. Nee, das stimmt auch nicht. Was? Ah, Mann ey! Oh, das ist Eis! Na, genau! Was habt ihr da unten gemacht? Ja, alles gut! Ah, okay! Ein paar Feuerbälle hin und her! spielstück! Sb echte